Freund bestätigt konkrete Vertragsgespräche mit Thomas Müller. Derzeit laufen Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Thomas Müller. Auch wenn die Schneedecke in München am vergangenen Wochenende eine erste Verhandlungsrunde zuließ. Die Münchner wollen den Vertrag des 34-Jährigen bis Weihnachten verlängern, und das ist sehr wahrscheinlich. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis Thomas Müller seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert. Der Wunsch des Bayern-Managers ist klar, und der FCB ist für den Spieler natürlich eine Herzensangelegenheit. Sportdirektor Christoph Freund äußerte sich zur aktuellen Situation von Sport1. Thomas Müller repräsentiert den FC Bayern wie kein anderer. Es finden Gespräche mit Thomas und seinen Beratern statt. Auch Thomas weiß, was er beim FC Bayern hat, erklärte Freund in der 1-2 von Sport1. Freund setzt auf die Beziehung zwischen Verein und Spieler. Der Sportdirektor ist optimistisch. Dass Müllers 2024 auslaufender Vertrag bald verlängert werden könnte und die Vereinslegende dem Verein bis 2025 erhalten bleibt. Ich glaube, dass man so ein gutes Vereinsspielerverhältnis nur sehr selten sieht, sagte Freund, ein weiterer Grund zum Optimismus. Es besteht kein Zweifel, dass Müller mit seiner Rolle als Ersatzspieler nicht ganz zufrieden ist, was in den letzten Monaten zu Transfergerüchten geführt hat. Das Leben des 34-Jährigen dreht sich um München, und auch das Champions League Finale 2025 in der Allianz Arena seiner Heimatstadt sei ein Köder, sagt Müller. Es war wieder einmal der Höhepunkt einer großartigen Karriere. 5-Jährigen Bieber Uber Google Uber Uber